Ich teste jetzt ob ich André krieg Was hast du für Visier? Ähm, ein g'scheites, ich pack's gleich aus Sag's wenn du Cardia willst, ne? Ich hab Cardia Ich hab ein MOS Sag's dann, André kommt wieder, meinst du? Er hat einen Positionswechsel mitbekommen oder irgendjemand hat ihn gesehen? Nee, glaub ich nicht Nee, Hunter fällt immer noch um das andere Holz herum Nee, oder? Ben, kannst du mir helfen? Wie sieht's aus? Ist der, ähm, Westeingang frei? Der Westeingang, nein, der Westeingang, der Westeingang Ist der Westeingang Richtung Krankenhaus, frei Seht die Scharfschützen, die auf dem Turm zum Beispiel sitzen, da irgendein Bullen rumfahren Jetzt wissen die, dass er hier ist Jaja, aber ich Ich muss André unter Feuer nehmen Jaja Wir machen jetzt eine draufgängerische Aktion, irgendeiner holt jetzt irgendeinen verdammten Laster, den wir hier reinfahren Ich brauch definitiv jetzt Ben, hol den anderen Hunter-Fahrer weg Einer fährt mit dem Strider, einer fährt jetzt bitte mit dem Strider an den Osteingang Einer fährt jetzt mit dem Strider an den Osteingang, wo die Liefer ab, die Hunde zusammenlassen Danke, Ben Wir stehen unter Lynx-Beschuss Echt? Ja Jaja Jaja, okay, man hat's gehört, ne? Ernsthaft? Sehr gut, Lynx! Ja, André halt Warum haben die ne Waffe, die man nicht benutzen kann? Sehr gut Ich wurde durchs Haus, durchs Haus erschossen Wahrscheinlich hat André auch noch TWS drauf TWS? Alter